Ja, da maut sie das vor der Türe. Die wollen natürlich wieder hier rein. So, das war jetzt Shadow. Da muss ich jetzt mal aufpassen, weil letzte Woche ist Neko auf die Arbeitsplatte gesprungen. Und ich habe nicht gesehen, wie sie es gemacht hat, weil das eigentlich die Arbeitsplatte natürlich tabu ist. Shadow greift wieder meinen Oberschenkel an. Ich weiß nicht, warum er das macht. Er macht das ständig. Lass ich ihn euch mal zeigen. Ihr habt ihn ja schon gesehen. Ihr kennt ja meine Katzen. Komm mal her, Stinky. Na, komm her. Komm her, Stinky. Ich zeig dich mal den Leuten. Guck mal hier. Guck mal, das ist Shadow, gell? Das ist mein Schmusekater, gell? Bist du Shadow? Da, schau mal, Shadow. Guck mal da. Guck mal da. Du willst da gar nicht hingucken, gell? Spatzi. Okay. So, ich muss aber noch ein bisschen arbeiten, weil drei Soßen habe ich noch. So, wir gehen zur Delikatisssoße von K-Klassik. Die einzige Soße, die mich jetzt so halbwegs überzeugt hat von K-Klassik, war ja die Tomatensoße. Und deswegen bin ich jetzt gespannt auf die Delikatisssoße. Ich meine, es steht ja, ach du alter Schmusebär. Du alter Schmusebär. Ja, Schmusebärchen bist du. Du bist ein Schmusebärchen. Steht ein Delikatiss drauf, da erwarte ich natürlich. Ich erwarte, dass da auch Delikatiss drin ist. Und das werden wir jetzt gleich sehen. So, Neko ist auch wieder nah. Jetzt sehe ich vielleicht, wie er es geschafft hat, wie sie es geschafft hat. Weil Neko ist eine Sie. Jetzt wird erstmal gekämpft da unten. Jetzt wird erstmal gekämpft. Alter Schwede, Kampf der Giganten. Sie versucht dann immer zu flüchten und er immer hinterher. Da denkst du immer, ja, 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 dass sie vielleicht Angst vor ihm hat oder so, ja. Weit gefehlt, denn oftmals greifen sie ihn an, ja. Während er dann irgendwo liegt oder so, ja, kriegt er voll einer aufs Baul. So, ja, das riecht schon. Es riecht schon nach Soße. Also das ist die erste Soße jetzt eigentlich, die auch richtig riecht, ja. Ich kann zwar nicht sagen nach was. Also nach Soße riecht es nicht. Ist da eigentlich Fleisch drin? Das sind sogar drei Stück drin. Röstzwiebeln, Karamellzuckersirup, Butterpulver, Verdickungsmittel, Hühnerfett, Gewürze, Knoblauch, Magermilchpulver, Ei, Senf, Sellerie und Soja. Die ist schön dunkel, eine ganz dunkle Soße. Ideal zu gebratenen Frikadellen, Bratwurst, Reis, Nudeln, Kartoffeln und Klößen. So, ideal zu Klößen. Also wir haben hier eine schöne Farbe, da kann man echt nicht meckern. Natürlich dieses Glasige siehst du sofort, dass es ein Pulver ist. Echte Soßen haben dieses glänzende Glasige nicht, ja. So, ich bin sehr gespannt. Ich möchte mich ja nicht immer wiederholen, aber das ist ungenießbar. Ja, das hat mit Delikatess überhaupt nichts zu tun. Da reicht mir auch ein einziger Löffel. Die Delikatess-Soße von K-Klassik ist völlig ungenießbar. Da hilft auch Pimpen nicht. Ja, der hat den Namen Delikatess völlig zu Unrecht. Das gibt auch ein sehr kurzer Obwohl, fünf Minuten ist ja trotzdem. Äh, nicht empfehlenswert. Total nicht empfehlenswert. Die will ich auch nicht pimpen, ja. Weil manchmal denke ich ja, komm, pimpst du halt, ja. Bitte ein bisschen Gewürze. Nee, die will ich nicht mal pimpen. Will ich nicht.